Nein, Mann, ich brenne, ich habe nichts mehr. Nooooooooooo. Gut, dann werde ich wohl Sachen sammeln müssen. Ähm, wo fange ich am besten an? Tja, das wird jetzt eine Katastrophe, Freunde. Aber der Sky dediziert das schon. Wir gehen jetzt auf Talos-Jagd bzw. auf Geld-Jagd. Ich weiß, es gibt Dupe-Möglichkeiten, aber das mache ich nicht. Es wird nicht gedupt. So, da hinten ist schonmal ein Schrein. Da fliege ich jetzt einfach mal ganz entspannt hin. Hab ich den schon erledigt? Ne, oder? Ne, der ist zu weit weg, dann hab ich mich erledigt. Hallo Pferd. Konkurrenz via Tifi? Ach, genau, Digga. Hab mich kommen sehen von oben. Mein Vorhang, Dein Schicksal ist besiegelt. Jetzt nennen wir den, Dude. So. Unbelievable. Ah ja, den wollte ich auch noch machen, passt. Ja, bitte. Ouu! Creative strength and stamina. Strength and stamina alle beginnen mit S. Der Name ist einfach Crazy S. Crazy S. Yes! Tifi kann sich aber etwas ausdrücken. Da war ich in der Wildnis trainieren. Danke für deine Partner, du wirst die kleinen BIRDs weg. Es gibt BIRDs, blablabla, blablabla. Es ist gut, ich habe hier einen interessanten Chirps und blablabla. Ich wollte nicht sagen, es ist zu entdeckend. Es ist zu entdeckend, aber... Rumor spreaden über Prinzess Zelda, dass sie sie gesehen haben, RIDING SOME MYSTERIOUS BEASTS. Es ist ein B-Mountain of... Beast 2. One mit HUGE, BRUTAL TUSKS. Holy shit. WTF? Ein BEAST mit TUSKS? Was Ganon? We are talking about some kind of rumored beast. A little bird informant. My little bird informant told me, that there have been a number of sightings in the sub-tropical region in the south. Sub-tropical region in the south. Was für sub-tropical, bro? Ist das hier unten? Das kann doch hier unten sein. Da fangen wir mal so ein BAM hin. So. Wir sind nicht hier für Nebenquests. Wir sind erstmal hier für BEATLE. Jaja. Da ist er. Der pennt nachher weg. What have you got? Okay. Und so ein Dude nehme ich mir auch noch mit. Okay. Ciao. Was steht hier? Irgendein Rezept. Ich muss Bären und diese... Was sind das? Puffshrooms. Okay. Anscheinend kann man Puffshrooms... Puffshrooms... Dingsen. Komm her. Wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren, mein Freund. Ja. Ich habe gerade erst gestreichelt, Junge. So. Was wir brauchen ist... Alles. Immer mit der Ruhe. So. Da ist ein Schrein. Den gönne ich mir. Ah, die Typen bringen mir leider nicht so viel Geld. Hallo. Ding. Ich glaube die sind einfacher mit Pfeil und Bogen zu ledigen. Deswegen. Komm her. Komm her. Beep. Zum Pferd. Zum Pferd. Zum Pferd. Boom. Let's go. Okay. Alles klar. Das gibt uns schon mal ein bisschen Zeug. Das bringt uns aber nicht viel. Weil, guess what? Wir brauchen Geld. Und nicht Essen. Da ist jetzt noch so ein... Das Gedusel. Schrein Time. Geh nach oben. Let's go. Geben sie mir das Item. Diamant. Fuck. So. Wir brauchen Felsen. Hier. Glowstone. Luminous Stone. Nicht Glowstone. Wir sind nicht mit Minecraft. Sag er mal. Oh. Hallo. Blind. Kein Glowstone. Oh. Dazu kann ich nur Demacia sagen. Dann düsen wir mal weiter. Also ich verschwinde lieber ein paar Bomben. Statt meine Waffen kaputt zu machen. Okay. Okay. Erstmal. Oh. Warte. 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 Wir haben hier ein paar Bombflowers. Oh. Oh. Talus time baby, let's go Was für ein Jackpot ist das denn Okay, wir markieren Talus Heiz die hier, okay Da sollten wir jetzt eine Lumina Stone geben, das wäre ja richtig lame Okay, wir haben Amber, geben sie mir mehr Okay, es ist ordentlich Amber Oh, da haben wir die Herzen, gell Ich habe eine Waffe, ich habe eine schöne Waffe Wait a minute, ich habe eine Waffe Okay, ich muss irgendwas mit meinen Waffen entfernen Äh, den Beam Emitter Jawohl Dann suchen wir mal weiter nach dieser Treasure Hallo Oh, das wäre so gut, wenn ich das hier finden würde Alter, das ist auch schon wieder das richtige Federhaufen Ruben eventuell, habe ich noch irgendwas anderes Explosives? Ne, oder? Oh, da ist noch eine Bombenpflanze Okay, die Time Bombs funktionieren schon mal nicht Let's go Oh, sonst noch irgendwo Sachen zum in die Luft jagen da vorne Die Dinger hier, oder? Das scheint zu funktionieren Okay Ich habe das hier umsonst gemacht, glaube ich, ne? Oh, mehr Bomben Oh, Kiste Let's go Hätte ich mal nicht alles verschwendet Forbarian Armor Okay Das ist gut, mein Freund Das ist gut Ja Dann kommt der Mr. Satori Ne, Satori heißt der ja nicht Oder hieß der Satori? Irgendwas mit Sato Er markiert jetzt alle Höhleneingänge Die ich noch nicht besucht habe Und Ja Mein Höhlen Semi Nicht in jeder Höhle ist ein Talos Und nicht in jedem Talos ist eine Höhle Aber Ich brauche Talos So Was wir jetzt machen Ist zu dieser Brücke gehen Äh Die Brücke, die ich vorhin gemeint habe Und zwar Die hier Meine, das ist die Geh mal hin War da ein Stall? Glaub nicht Ich muss da nochmal nachsehen Weil Da drunter Kann ich mich erinnern War Ein Bokobling Camp Mit einem Talos Das war die Brücke Wo Ja Tifi versagt hat Nah No way Das war nicht Was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Hi Was geht? Äh Ultra Ball Hall Am I right? Was zum Fick? Carry the ball as far as you can Before the time runs out Careful Lose that ball And you lose the game Let's give it a try Geht's? Ja Sure Oh Da muss ich in die andere Richtung Ja Das war schon Was hoch Das war ja richtig bad Okay 20 Robil Okay Electric Keys Eyeball So Post the bright cap Okay Was auch immer Oh Let's go Das ist doch so ein gutes Gute Nachtding Also das geht Grinde Hi Ähm Excuse me Ich wollte gerade Pause drücken Habe zweimal gedrückt Oh no Wo komme ich jetzt raus? Oh please Ich werde nicht irgendwo im Arsch der Welt Oh Scheiß like like man Ich hätte jetzt einfach mit meinem Reverse richtig scheinen können Wie am Anfang? Ja Natürlich Ciao Geben sie mir die Truhe jetzt Geben sie mir Runden rollen Let's go Ein Opal Okay Das dem Jahr geht sich hinterher Gott ich glaube das ganze Zeug ist durch die Gegend geflogen Konterproduktiv Ruby let's go Boah Brudi Musst du dich so entstellen Hopal Okay So Kann ich jetzt sonst noch irgendwo hier hin? Ah ja Na also Warte 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 Amber Let's go Okay Was ist das für ein Opflet Ich hatte Barbarenrüstung Und jetzt Rubber Armor Cool Optimal